Das war eine sehr coole Runde, das hat Spaß gemacht. In der Situation, Vivi, ich hab mich wieder erinnern, welchen Clip du meinst. Man hat es mir gezeigt, ich stehe immer noch 100% dazu. Nein! Vivi, einfach töten, alles gut. Jetzt hast du in mir wieder das Verlangen geweckt, herauszufinden, wie die hieß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was? Für den Trapper hab ich im Chat reingeschrieben. Gut, dann ist einer von denen Cleaner. Sajana ist auf jeden Fall direkt so wieder weggelaufen, weil Electrical rein ist in die Trap und ist wieder weg. Tatsächlich war ich nicht in der Trap. Echt? Warum standst du dann? Ich hab nur so getan, als ob ich in der Trap war. Du konntest aber die Trap nicht sehen, oder? Naja, wenn zwei Leute bei Electrical Eingang auf der Trap stehen, dann muss ich dann sagen, wie kannst du das denn sehen, wenn du da gar nicht... Sajana ist der Trapper. Es muss noch jemand drittes drin gewesen sein. Stuggi, wo ist denn die Leiche? Am Abmentable, eher so Ausgang links Deacon, direkt am Eck. Und dann müsste der Kinder den Wind verbunden sein. Also ein mögliches Kinder, du wäre Flask und Stuggi, die kamen zusammen aus Koms raus, wenn die da einen getötet hätten, hätten die gingen können. Aber das hab ich keine Leute zusammengesehen. Ich weiß aber, dass die Kids relativ zeitgleich gefallen sind. Alle drei. Sehr. Alle drei. Ja, relativ zeitnah. Zajana, Trap. Relativ zeitnah. Zajana, ich hoffe, du bist nicht böse. Ich hab das Licht gefixt, also hier. Zehn Sekunden sind die gefallen. Ich kann Fahrräume nicht recht gut rausnehmen. Warum? Wir waren sehr, sehr lange zusammen unterwegs. Katze, was hast du mit Shoshy gemacht? Am Anfang wollte, ja, aber danach weiß ich nicht, wo du hin bist. Danach kurz, dann war ich jetzt Trap, aber da hab ich zwei Anhalte nicht. Ja, dann war sie weg, dann ist sie zu Spaciment gelaufen. Aber bist du nicht mit Shoshy runter, Dicot? Ich bin nur in die Dicot gegangen, ich bin danach wieder links rausgelaufen. Stiefi kriegt ein Boot. Nein, diesmal nicht. Da. Dich, wenn du dich denn in BABB свой 있잖아요. Tiesig isti ein Boot. Oh, das weiß nicht. Ach, ich bin extrapolant, nicht crunchierend. Toll. Nee, ich bin auch gerade die ganze Zeit am Überlegen. Ja, schönes Gespräch. Sag mal, Bait. Nee, nee, warte. War ich gemutet? Ja, ja. Sorry, sorry. Der kann mich allzeit maximal fünf Sekunden, würde ich sagen. Also ich bin, wo das Licht an war, durch Smeggy durchgelaufen und durch Terste. Und Terste ist dann nach rechts an die Lifeline, dann das Licht ausgegangen, ich bin an die Karten tasken und dann habe ich auf die Lifeline geschaut und Terste war tot und habe direkt den Report-Button gehabt. Das ist aber kein Problem, weil das erste Mal im Poster. Dann nehme ich Zayana und Katze raus. Ich kann Stugi rausnehmen. Das ist Smeggy, könnte Vampire sein. Wen, wen nimmst du raus für mich? Ähm, Zayana und Katze, die waren in O2, als das Licht ausging. Ja, einer von beiden hat mich reingestochen. Oh. Also wie gesagt, ich glaube immer noch meist Katze, dass die Katze mich reingestochen haben, weil Zayana hat mich nicht berührt. Ich bin extra weggeblieben von Zayana, weil ich dachte durch diesen Move. Das ist eine Lüge. Ja, das ist... Ja! Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Du hast mal keinen Killer entschieden. Ja, und ich glaube, Faro hat den Kill gemacht, weil, äh, also wenn wir einen Crew-Gest haben, der kann mich gerne auf Vampire gessen. Erstes mit der ist entgegenkommen, dann Faro, links am Office-Ausgang, dann habe ich unten die Wasserräder gemacht, bin gerade hochgelaufen, Stugi kam von links und ein paar andere. Und ich glaube, Faro hat einfach den Bait erwischt. Ne, ne, das ist älter... Wie lange haben wir? Zehn Sekunden Bait? Ne, wir haben hier nur vier Sekunden, glaube ich. Ne, bis zehn. Ja gut, aber heute war auf jeden Fall nicht der Bait. Und es wäre ein super dämlicher Kill, dass ich da kenne, wenn ich gerade noch Smaggy durchlaufe. Ähm, es kann sein, dass einer von rechts reingekommen ist, während ich an der Kartentask war, ähm, da schnell gekillt hat. Wo genau er liegt, weiß ich auch nicht, ja? Also, okay, also wollten wir alle Faro jetzt, okay? Ne, 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 das ist gut denn jetzt. Ne, ich hab das Bait. Wenn es sieben Leute ist. Ich weiß nicht, ich fand ihn sus. Ich werde wieder Baiten. Ich werde Klöhr wahrscheinlich böse. Ja, es ist also schon kalt, dass ich es mir dann interessiert habe. Sind Klöhr und ich Darker Color? Das ist die Frage, weil wenn Klöhr und ich Darker Color sind, ist Faro die Tete. Wir haben ne Snitch. Das heißt, wir müssen eigentlich vorher, vorher noch reporten. Ähm, Faro und, äh, und Volde. Was sollte eine Ich bin, wo ihr kommt, blommst. Also, das ist Tatsache. Ich bin, wo du schon. Schwiebel Fisch! Ich bin, wo du schonst. Ich bin, wo du mich 2014 und in der Richtung gibst. Ich bin, wo du schon? Ich bin, wo du dich. Ich bin. Alles. Ich bin, wo du? Das ist es mir gefallen. Ich bin, wo du noch? Und da? ich habe ein problem was den bäder wie ich bin in lab rein und da kam mir wollte entgegen aber ich glaube nicht dass ein lab tötet und da dann einfach vorne wieder raus was also ich habe in lab gefunden wollte kam mir von lab entgegen wir haben uns doch vor elektrischer getroffen zwar mal ja und dann bist du glaube ich rechts rüber oder nicht im gang ich bin vor drei sekunden in die obere die kommen und bin jetzt mitten im gang das muss aber wollte bestätigen können das ist weiter aus länger schon vorhin nicht wollte du bist mir gekostet wieder raus bin ich bin jetzt ich kann es euch sagen ja es ist kurz und schmerzlos wollte ist jojo gäster er kann ich gerne papier ja das war sowieso käse wollte an erfahrung so haben wir haben es doch studieren wollen sind beide noch im posten schutz nehmen wenn zwei imposter leben weil das ist jetzt nicht ganz aber doch das stimmt ich habe gar nicht heulen wenn ihr von der war war nicht er habe ich denke nur noch die erste runde wo ein anderer job war von den bösen der trage studie ist doch der andere böse immer war noch in der strappe ist mein das war richtig gewonnen wir haben gewonnen jetzt ich hatte zwei jahre noch nicht von dem ersten war im lab Eigentlich wollte ich nur mal Spaß halber Wolde raushauen. Ja, genau. Hab ich ihm auch gesagt, dass ich gar keine Ahnung habe, wer die Bösen sind, aber es wär witzig, wenn Wolde flieht. Du bist Snitch gewesen. Du hast ne ganze Hülle geschmissen.